Hey Leute ich bin´s MacPavrik. Ja hier ist mein Update Video zu dieser Weinrebe die ich hier eingepflanzt habe. Das war so von einer Weintraube aus dem Supermarkt und ja leider Daumen nach unten ist nichts geworden. Ihr könnt das hier sehen. Es ist verschimmelt. Ist also nicht angewachsen und dann hat sich Schimmel gebildet und ja ist einfach hin das Ding kaputt gegangen. Ja auch mir gelingt nicht alles aber ich gebe nicht auf. Ich würde doch irgendwie so ein bisschen gerne mal meinen eigenen Wein machen bzw meine eigenen Weintrauben anbauen und ja mal gucken. Ich überlege mir da noch was. Wenn ich dieses Jahr dann vielleicht nächstes Jahr. So jetzt seid ihr informiert. Also hat nicht geklappt. Dafür von mir einen Daumen nach unten. Was ihr mir gebt bin ich mal gespannt. In diesem Sinne bis dann. Euer MacPavrik.